Hey, schau lieber. Jetzt geht's. Ja, ich noch nicht. Ich bin hier nicht mehr vor dem Mikrofon. Ja, ja, ja. Und die Eva. Die ist schon heimgegangen. Und, was sagst du dir für kleine Katze? Schau, sie schreiten dann. Golde macht. Goldes Reiten. Und die Milch trinken. Und die Zitzen. Was heißen das? Da muss die Sauna. Und die Rüchi kommt. So darf es. Nein, nein. Drei. Vier. Vier sind es. Vier Kinder. Telefon, wenn es noch drei, wenn es vier, du siehst gar nicht, das führt dich schon hin. Das haben sie schon verbundelt. Das macht ja gar nichts, gell? Mama, siehst du? Mach einmal. Komm. Stell bitte so. Etwas stellen, gell? So. Ja. Ja, lieb. Dann sieht man es drinnen gut. Und dann sieht man es nachher im Fernsehen. Mama, kann man sich fassen? Sieh, schon muss ich es auch gehen. Kann man sich fassen? Ja, aber jetzt warte mal. Jetzt haben wir mit Babykatzen alleine filmen dazu. Dann muss die Maria mal aufstehen. Dann bring ich ihr Milch. Dann bring ich ihr Milch. Marini! Lass mal raus. Lass mal raus. Komm mal weg. Du auch. Du auch. Du auch. Du auch. Komm mal weg. Okay. Ja. Okay. Sieht? Ja. Nein, da willst du gar keine Katze. Martina! Mama, ich muss ja ganz aufstehen. Komm zu mir einmal. Ich muss ja ganz aufstehen. Ja sicher, das steht eh auf mir rücken. Du gehst einfach da ein bisschen rüber, dann musst du die ganze aufstehen. Gut. Jetzt hab ich rüber. Ich mag die Marke, Marini. Perfett. Seht ihr mir das? Ich zeige dir einmal die schwarze. Schau her. Das ist es. Und das ist es. Geh mal weg, Martina. Geh mal weg. Du bist du im Film auf der Katze. Die schwarze Marini. Die schwarze Sonne. Gut. Jetzt haben wir so ein bisschen schwarze Marini. Sie können die schon krabbeln. Gut. Ich liebe es uns. Okay. Die geben wir eh nicht her. Das denken wir. Warum geben wir es nicht her? Nein, Papa sagt, du darfst alle behalten. Ja. Hui. Die Wappen schwindelt. Aber weißt du, dann sagt er, nein. Ja. Ich weiß, sie schwindelt. Unser Papi kann hinter die Katzen ein bisschen filmen. Schön. Du schaust jetzt in die Filmkamera. Bis du mitholen die Katzen. Oder du hältst eine oder zwei. Der Papa filmt dich dabei. Vorsichtig, gut. Zeigst dir das einmal gut, dass du es kannst. Hier. Der Papa will noch hochhalten. Oh ja. Und das ist gut. Ja. Und das ist ein bisschen. Die Bücher mag der Papa nicht, er mag das auch so. Zeig mal da her, schau. Schau mal ein bisschen Gummi an dein Babylick. Ich will die Sprache sogar. Jetzt holt sie, schau. Erst nehmen wir los. Alles besser. Ich mag es wieder zurück. Da muss ich wieder herlegen, das geht gut. Das ist nicht zu teuer. Ich muss die Juli auszutun. Du magst das? Ja, die Juli muss auszutun. Dann muss sie wieder zulegen. Und die Juli. Da, nimm Füße. Sie sagt, bringt es mir. Was? Bitte, bitte, bringt es mir so. Guck, sagt sein Papa. Vorsicht, vorsichtig. Ganz vorsichtig. Sie sagt, wie du nix der kleine Katte hast. Du willst dich auch kratzen? Sie sieht. Ganz klein, oder? Babylicklein. Schau. Schau. Sie sind schon kratzen. Schau. Schau. Ich muss die. Schau. Ich muss die Kratzen. Sie sagt, wie du siehst, ... Sie sagen, was ich habe für ein Kratzen. Sie sagt, wie du siehst? ...drei-ich- час-morgen. Detlen mom-ESE komm mal nicht alleine bis zum Abend So, Mama, du zünderst. Nein, darfst du nicht fressen. Du darfst nicht fressen, sonst, wo es groß ist. Du zünderst. Schau, wie alle durst. Die Mama muss nicht lecken, gell? Oh, die kuschelten schwarzen, schau her. Die kuschelten schwarzen. So möchte er auch nicht, so lieber. Jury zünderst. Opa. Ich finde es nicht super. Hier, zum Beispiel. Komm mal, komm mal los. Komm mal los. Ja? Die sind sicher, da sind wir bald, aber ... Jane. Die ist sicher, da ist es nicht aber ... Jetzt sind wir kinder … Nee, nicht mehr, so lassen. Aber ich weiß, wie in die Ferse hier in der Früh Ok ... Je war mir ein bisschen vor allem, so geht das jetzt einmal zu gehen. Und... Ich habe die Ruhe immer herbe. 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 Ich habe die Ruhe immer herbe.